Hi Leute, hier ist wieder Sven, der Case Tester. Im heutigen Video geht es einmal um das Thema Lederhüllen. Ich habe hier das neue iPhone 15 Pro Max liegen und wir versuchen jetzt in diesem Video einmal eine Alternative zu der originalen Apple Lederhülle zu bekommen, denn die gibt es ja seit dem iPhone 15 nicht mehr. So, und ich habe mich mal schlau gemacht und ich habe auch schon viel im Internet gehört und ich habe jetzt zwei Stück gefunden, die der Apple Lederhülle sehr nahe kommen, besonders eine davon und die andere ist aber auch richtig cool. Und die beiden werden wir jetzt mal zusammen testen. Ja, wir starten mit dieser Hülle hier von Lonely. Die habe ich mir auf Amazon gekauft für 25 Euro, was wirklich extrem günstig ist, weil es soll europäisches Napper Leder sein. Es riecht auch gut, ich bin kein kompletter irgendwie Lederexperte, ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, ob es wirklich genau das Leder ist, aber von meiner Seite gibt es da überhaupt nichts zu meckern. So, das Ganze kostet nur 25 Euro und wir fangen erstmal mit dem ersten Vorteil an und den finde ich doch schon ziemlich krass, obwohl es eigentlich komplett abgekupfert ist, aber wenn jemand von euch schon mal das Video gesehen hatte, ich hatte einmal eine Lederhülle von Louis Vuitton im Test, über 350 Euro hat die, glaube ich, gekostet und die war genauso aufgemacht wie die hier. Die gleiche Verpackung sozusagen, die gleiche Farbe und auch von innen haben wir hier nochmal sowas mit bei für, ich glaube, Dankessagung oder irgendwie sowas ist das. Und dann ist die Hülle an sich nochmal in so einem Samtbeutel eingepackt, also das ist wirklich extremst hochwertig, was die hier gemacht haben für 25 Euro, muss man sagen Respekt. So, das ist die Hülle, so schaut sie aus, die gibt es auch in verschiedenen Farben, ich habe jetzt mal blau genommen, weil ich dachte, dass das ganz gut zu diesem hellgrau hier, dieses Titan passt. Und ja, zweiter Vorteil ist, ein Hardcase haben wir hier, es ist komplett hart, bis auf diese ganz kleine Stelle hier, die kannst du ein bisschen eindrücken, aber ansonsten ist es komplett hart, so wie man das auch von der originalen Apple-Lederhülle kennt und das bietet natürlich extrem guten Schutz, weil das nochmal umhüllt ist mit dem Leder, das heißt, wenn das runterfällt, das Leder dämpft ein bisschen und sollte der Schlag einfach zu groß sein, dann bricht dieses Hardcase hier in drin. So, kommen wir zum nächsten Vorteil und den seht ihr schon und das ist das Mikrofaser hier auf der Innenseite, das ist sehr hochwertig gemacht, es geht nicht in die Ecken rein, es ist wirklich nur auf der Rückseite und das schützt halt euer Handy davor, wenn zum Beispiel hier mal ein Sandkorn zwischenkommt, dann rutscht es da nicht hin und her, sondern wird von Mikrofaser einfach festgehalten. So, stecken wir das Handy mal rein, es sitzt schon ziemlich fest und passt eigentlich perfekt. So, wir haben hier einen Displayschutz drin, ich habe ein Panzerglas drauf, trotzdem geht das hier nochmal so ein bis zwei Millimeter drüber. Zusätzlich haben wir den gleichen Schutz auch hinten bei den Kameralinsen, auch die stehen nicht raus aus dem Case, das heißt, man kann das Ganze so hinlegen oder auch so hinlegen, es liegt nicht auf. MagSafe haben wir mit an Bord, der funktioniert richtig gut, Läd auch, habe ich schon alles ausprobiert, also auch da gibt es keine Probleme. Was ich noch richtig cool fand, dieses Leder hier ist nicht so empfindlich, wie man das von den originalen Apple-Lederhöhlen kannte, dort bin ich nämlich mit dem Finger nahe rübergegangen und ich habe sofort eine Macke drin gehabt. Das Ganze habt ihr hier nicht. Kommen wir zu den Knöpfen. Ihr seht, das sind blaue Knöpfe, allerdings aus Metall, die sind ziemlich hochwertig und lassen sich auch alle perfekt drücken. Die Aussparung hier für den USB-C-Anstoß und auch für die Lautsprecher sind sehr gut getroffen, da wird nichts verdeckt. Wie gesagt, Panzergläser können wir hier auch alle aus meinem Test verwenden. Schaut mal rein auf meinen Kanal, habe ich schon, glaube ich, vier Stück oder sechs Stück getestet. Und ja, zum Schluss natürlich der Preis, 25 Euro für so eine Hülle, die eigentlich genauso ist wie das Original, also da kann man überhaupt nicht meckern. Ja, Nachteil. Einen Nachteil muss man natürlich finden, auch wenn es jetzt nicht so ein Schlimmer ist, aber hier könnte man zum Beispiel noch diese Lautsprecheröffnungen einzeln aussparen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Kommen wir mal zum Fazit für diese Hülle. Wer eine Alternative zur originalen Apple-Lederhöhle sucht, die es ja seit dem iPhone 15 nicht mehr gibt, wird hiermit, glaube ich, sehr zufrieden sein. Die Frage ist nur, wie lange bleibt dieser Preis noch auf 25 Euro? So, kommen wir mal zur nächsten Hülle. So, die nächste Hülle kommt von Vyuka. Das habe ich schon richtig oft gehört und auch Amazon ist eigentlich voll mit denen und viele Kommentare haben schon gesagt, also wenn ihr eine Alternative sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall die hier von Vyuka nehmen. Und ja, jetzt finden wir mal heraus, was diese Hülle denn kann. Gekostet hat die Hülle 49,95, ist also schon mal doppelt so teuer wie die von eben gerade. Und wir starten jetzt auch mal direkt mit dem ersten Vorteil und das ist das sehr angenehme Leder. Ich denke mal, ihr seht das auch in der Kamera, das ist richtig weich, es fühlt sich richtig gut an, es riecht gut, also das ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Kommen wir zum nächsten Vorteil. Auch hier haben wir einen Hardcase. Ihr seht, ich kann es auch hier nicht zusammendrücken. Wir haben hier zusätzlich auch den Mikrofaser-Innenschutz. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das hier Mikrofaser ist oder ob das Leder ist, weil es sieht irgendwie ein bisschen so nach Wildleder aus. Ich weiß es nicht, schreibt es mal rein in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Der nächste Vorteil, das ist der Displayschutz. Auch hier steht die Hülle nicht ganz so viel wie bei der anderen EMT. Ich habe aber auch ein Panzerglas drauf, allerdings steht sie ein bisschen rüber. Das heißt, so können Sie das Handy hindenken. Ihr habt es gehört, die Hülle liegt auf und nicht das Display. Das gleiche haben wir auch hinten bei den Linsen. Auch die stehen nicht raus. Der nächste Vorteil ist, ihr habt auch hier MagSafe mit an Bord. Auch hier hält das Ganze genauso gut wie bei der Hülle von eben. Ihr habt auch hier Metallknöpfe. Allerdings sind schwarz hier. Und auch die lassen sich alle perfekt drücken. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Der letzte Vorteil ist, auch hier könnt ihr alle Panzergläser verwenden. Hier wird an den Seiten nichts wieder hochgedrückt von der Hülle. Das passt sehr gut. Ja, kommen wir zum einzigen Nachteil auch hier. Und das ist die komplett geöffnete Unterseite. Da bin ich leider kein Fan von. Andere mögen das, weil sie dann besser hochswipen können. Müsst ihr ja am Schluss halt selbst entscheiden. So, kommen wir zum Fazit für diese Lederhülle. Also, die Hülle von Viuca überzeugt durch ihr extrem hochwertiges Leder. Einziger Kritikpunkt ist, wie gesagt, die offene Unterseite. Wen das aber nicht stört, der wird hiermit, ich denke, sehr glücklich werden. So, das waren die für mich zwei besten Lederhüllen-Alternativen, die es gibt zur originalen Apple-Lederhülle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch, da würde mich riesig freuen. Und falls ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall Abonnent werden. Und falls ihr irgendwas von diesen Höhen kaufen wollt, unten in der Videobeschreibung habe ich die Dinger euch verlinkt. So, bis zum nächsten Video.